Auf geht's, Aids-Runde! Was ich dann generell in der Zukunft machen werde, was geht schon weiter. Ich möchte jetzt bitte, dass sich hier jeder zusammenreißt. Ja, ich möchte, dass wir gegen Baye Nils, Block-Emergie-Bärs und Testry und Knurven gewinnen. Hä? Das ist jede Runde, wenn ich alle das haben. Mein Graf ist Leben! Boah, Junge, Kevin, ich muss jedes Mal bei so einer Runde Farmland, wo gute Gegner sind, an Aids-Runde rängen. Jaaaa... Jedes Mal, Alter. Ehre, wer das noch kennt. Ehre, ehre, wer die Ausraster kennt von Tebos, Junge. Scheiße. Ach du, hinter dich. Der eine, der eine gegen uns. Ah, danke. Brudi, der kommt zu uns, was? Der eine Ausraster von Tebos gegen uns. Oh, ja, Mann. Der war... Oh, bluh. Beste Leben. Tebos spielt sogar. Er spielt, er ist anwesend. Okay. Wir sind jetzt also... Wir sind jetzt also die Typen, die Aids spielen mit Gold. Okay. Mach ich gerne mit. Da hab ich doch nix gegen. Haben wir schon einen Eisen... Wir haben nichtmals einen Eisenblock, aber einen Bogen. Wow. Wir haben Farmnet nie geliebt. Nö, wir haben Farmnet echt nie geliebt anscheinend, ey. Oh, Mann. Das Ding jetzt mit Holzpicke rushen macht jetzt schon wieder fast K keinen Sinn mehr. Jeder hat Gold außer Rot. Wer könnte dieser komische Biest sein? Äh, Zest rebugged. Okay. Kommt hin. Hä? Ja. Nee, nee. Blau kommt zu uns. Kevin, deiner. Jetzt wird geswattelt. Blau. Alles easy. BRC-Hits regeln. Ach, Bruder. Warum fliegt der nicht? Grün, safe Gold. Ja, schau. Ja, schau. Oh, ich hab's. Oh. Äh, hier Kevin. So. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Bruder. Na. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja, ja. Ich hab's. Sofort danach gesorgt, ey. Ich dachte mir so, ich hab vier Gold. Ach komm. Shit, halt uns. Komm, dann mach mir jetzt. Ja. Sicher ist. Äh, bei Nils. Von unter uns. LOL. Ja. 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 Ja, aber für die Klicks müssen wir jetzt trotzdem ausrasten, ne? Ja. 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 Okay, da war scheiße. Nein, Mann. Nein! Bad game. Ja. Ja, das ist schon bei der im Baseball, wenn du vor deine Dio einspringst, kannst du ja nicht machen. Ich hab keine Blocks mehr, Alter. Ich fühl mich so schlecht. Nein. Oh mein Gott. Ich muss einfach los. Albus. Fuck. Nein, ich bin down. Fallschaden? Oder wie bist du down gegangen? Ich bin down. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Da werde ich ja ganz nervös. Mach das, Deo. Oh, der ist schon down. Rot hat ihn. Ups. Okay, warum ist der nicht tot? Der hat mir nicht mal den Hit gegeben. Jetzt gibt's so krank, die gibt's gerade einfach. Ach, Mann, ey. Ja. Oh, Nilo. Da bin ich nicht enthalten. Okay, bitte. Kevin. Ja. Oh. Oder? Nein. Ja, das ist so wie ein Dogenbeck. Einer ist von der Bs, gell? Oh, grüner Fulico wieder, ne? Ach, Junge, Zestrey, Junge, du kannst nicht so viel Lack haben. David, Alter, das ist so ein Styler, ne? Da bin ich auf dem Weg noch mal mit ihm treffen. Ja, dann bekassier ich von dem. Baah! Das hat jetzt auch den Ball. Was? Jetzt Runde 2.0 oder was wird das hier? Schau mal hin, ein Bett. Nein. Ähm, loge jetzt zu uns. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hier, Jungs. Hier, Jungs. Oh, Rot hat nen Bogen. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal wieder einen machen. Oh mein Gott! Ja, die haben sich das jetzt auch komplett noch zutraubaut. Na, nicht komplett, ne? Aber gut. Schon mal. Fürs Erste. Ja. Kann man mal ein bisschen Eisen und Holz treffen. Kann man mal ein bisschen Eisen und Holz treffen. Kann man mal ein bisschen Eisen und Holz treffen. Dann haben wir unser Ding. Was haben wir? Ja. Blau hat glaub ich irgendwas gesaved. Ach, wenn einer kommt. Ach, kein Ding. Warum liegen zwei Gold in der Mitte? Das ist immer das sinnloses, was ich eh gesehen habe. Ich hab so das Gefühl, dass Blockenergiep ist. Der Stack-Account von Adel ist. Weiß ich nicht. Kann sein, aber so kross er jetzt hätte er wissen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Er ist 16 Gold. Mein Telefon geht jetzt. Äh, Rot kommt sonst durch. Nein. Mann, Jungs! Der darf nur nicht die andere Chests looten. Ansonsten ist mir alles egal. Gut, die hat dann nicht gelootet. Oh mein Gott, hatten wir Glück. Lauter. Ich hab mir ne Audio-Summer. Ha, Kai folgt mir jetzt, alter Ehrenmann. Welcher Kai? Like Kai oder?